Tokio, oder genauer gesagt Kitschiyoji. Ein beliebtes Viertel in Tokio mit einem Park, vielen Essensmöglichkeiten und das hier. Das sogenannte Petimura. Ein sehr stark von Ghibli inspirierendes Katzenteehaus mit echten Katzen. Wir haben uns dazu entschlossen, nur das Teehaus zu besuchen. Sollte man aber die Anwesenheit der Katzen wünschen, kostet das extra. Von Montags bis Freitag 1200 Yen plus Steuern und am Wochenende stolze 1600 Yen plus Steuern. Das sind umgerechnet knappe 12 Euro. Essen und Getränke sind extra. Es ist wirklich ein kleines Stück Ghibli neben dem normalen Plattenbau. Und man vergisst für einen kurzen Augenblick, dass man sich eigentlich zentral in Tokio befindet. Das Teehaus bietet neben Tee auch Gerichte, wie zum Beispiel warme Sandwiches an. Wir haben uns für ein Dessert entschieden. French Toast mit Sahne und Früchten, sowie Gueteau Schokoladenkuchen mit Orange. Beides für umgerechnet 5,50 Euro. Es mag nicht nach viel aussehen, aber es schmeckte wirklich sehr, sehr gut. Wahrscheinlich das beste French Toast, was ich je hatte. Musik Musik Neben einem kleinen Juwelierladen gibt es noch den Souveniershop und ja, alles was sein Herz begehrt, solltet ihr Katzen mögen. Von Tassen, Figuren, Tellern und Schmuck, alles ist dabei. Wir haben uns dort auch etwas gekauft. Gläser in Form von Katzenpfoten. Muss da einfach sein. Wer zufällig in Kichiyochi unterwegs ist, sollte einen kleinen Abstecher in Pitimura machen und wenn es nur für ein Dessert ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben und ein Abo wissen. Bleibt dran für mehr Videos rund um Japan. Bis zum nächsten Video.